Okay, da ich jetzt 3000 CC gesammelt habe, werde ich aber trotzdem erster beim Summer Tickets den Puls machen, weil es muss auch irgendwann mal weg, ganz ehrlich. Wie gesagt, erster 6 Multisummins hier beim Legends Summer Banner und dann logischerweise zum Android Banner. Good luck, danke, danke, jetzt kommt Bardock, das wäre geil. Ja, okay, er geht nicht, Super Saiyan dann direkt skip. Ey, nice, der erste direkt Sparking. Egal, so lange ich noch nicht auf 7 Sterne habe, easy game. Ist schon mal ein gutes Zeichen, beginnt direkt mit deinem Sparking, ich bin zufrieden. Nice. Ah, fast auf 6 Sterne, schade, fast auf 6 Sterne. Wack, komm, noch eine Video-Kamber, aber irgendwas oder so werde ich niemals vergessen. 5 Pots, komm, jetzt direkt auf Super Saiyan. Ich werde jetzt sehen, wie Goku ihm aufs Maul geht. Was willst du eigentlich mit deinen CCs ziehen? Ah, beim Legends Android Banner, unbedingt den C13 will ich haben, unbedingt. Digga, das wäre Cyber Banner. Nein, nein, erster Summer Banner, nicht vergessen, Schöp. Okay, perfekt, auch schon mal ein Sparking. Jetzt läuft sie auf einmal. Bei den anderen, wo ich 10 Multisummits gemacht habe, gerade mal, 3 oder 4 Sparkings waren das. Jetzt schon mal beim zweiten, der zweite Sparking mindestens. Ah ja, viel Glück, danke, danke. Oh, und da ist er. Den habe ich, glaube ich, noch nicht auf 7 Sterne, also ist es schon vollkommen in Ordnung. Weil schnell, vielleicht kann er gebufft werden. Cool, was ist mit meinem Power Level? Ignorieren nicht, warte. Du sagst, du hattest beim letzten Stream 850. Keine Ahnung, ich sage es mal so, wenn du öfter beim Stream nicht dabei warst, dann verliert man halt Power Level auch. Achso, wenn du deinen Namen geändert hast, das stimmt, dann werden die Power Level nicht übertragen. Oh, okay, Fake Code, nice. Wow, wow. Dann auch noch Nadine und dann hier bei mir, als ob ich ihn entgehen lasse. Ich war doch am Sonntag beim giveaway noch dabei. Ja, wie gesagt, da musst du wohl, wie es aussieht, deinen Namen geändert haben, weil anders würde es nicht funktionieren. Ja, okay, da skippe ich direkt, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, wie da beide nur in die Luft schlagen oder so, kein Bock drauf. Unfair. Na, ich meine, du musst ja jetzt bestätigen, hast du deinen Namen geändert oder nicht. Ja, ich denke, es wird ein kompletter Hero-Pol, also kein Sparking-Pol, sagen wir es so. Oh, bald der nächste Hero, bald auf sieben Sterne. Ja, drei Post, schauen wir, was passiert. Okay, das will ich mir anschauen, weil immer wieder geil, wenn man sieht, wie Freeza aufs Maul kriegt. Ja, wohl, so, das meine ich. Schwere Geburt. Komm, setz dich durch, Coco. Coco, setz dich durch, ja, wohl. Ich habe jetzt schon mehr als bei 100. Hey, guter Advice, geil, wie geht's? Nice. Das ist nicht schlecht. Den habe ich, glaube ich, gerade mal auf drei oder zwei Sterne oder so. Das war auf jeden Fall ein guter Sparking dieses Mal. Ah, vier Sterne ist er jetzt, pass, Status war. Ich weiß, er ist jetzt nicht der Beste, aber trotzdem. Oha, den habe ich nicht mal. Der ist echt irgendwie seltener. Für mich halt. Ich dachte gerade, NoJoke ist ein neuer Unit. Und der letzte Multisammer. Und dann, dann kommen die wichtigen, dann kommen die wichtigen Proz. Drei Pots, komm, Super Saiyan. Geht auf. Okay, beide schlagen sich. Komm, setz dich direkt durch, Coco. Komm, noch einmal. Musik? Hört auf, verdammt. Der ist nur 10 Sekunden gut. Ja, irgendwie sowas. Der ist nur Early gut oder so. Okay, ein Stream haben wir schon mal wenigstens, mindestens. Und wird das wenigstens ein guter sein. Ähm, okay. Da ist er. Wow. Fake God. Ja, okay. Oh, warte mal. Ist jetzt auf sechs Sterne. Okay, der ist ja schon längst auf sechs Sterne. Never mind. Aber noch ein Hero auf sieben Sterne. Noch ein Hero auf sieben Sterne. So muss es sein. Okay, Leute. Seid jetzt ready. Jetzt, jetzt kommen die wichtigen Falls. All in für C13. Ich meine, all in. Ja, es ging so oder so nur drei Moltis. Let's go. Okay, passt schon. Ich meine, es ist so oder so ein Sparkling. Also, die Animationen hilft mir jetzt nicht so sehr. Ja, passt schon. Egal, Super Saiyajin mit dem ich. Vielleicht zwei Sparklings. Komm, ich hoffe einfach auf zwei. Okay. Okay. Extreme. Komm, schnell, komm, schnell. Wir müssen mit Sparkling früh anfangen. Ja, okay. Extreme Mai zu bekommen ist auch nicht so schlecht. Okay, da ist er. Da ist er. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gefällt mir. Und da ist er. Noch einer. Okay. Let's go. Wie geil. Oh, noch einer. Oh, okay. Ich glaube, egal. Nice. Fucking. Oh mein Gott. Ist das ein geiler Multi. Okay, das war doch eben gerade übertrieben geiler Multi. Ganz ehrlich. Vier Stellen und direkt. Oh mein. Direkt auf fünf. Ich bin zufrieden. Warfit. Einfach nur komplett Warfit. Ganz ehrlich. Die. Oh. Es tut so gut, das zu sehen. Direkt zwei. Oha. No joke. Okay. Ich weiß. Ich habe jetzt nicht C13 bekommen. Aber allein dieser Multi. Allein dieser Multi. Du sagst. Ist drei. Hard und ganz ehrlich. Sowas von. Geiler Multi, Mann. Geiler Multi war das gerade. Direkt noch einer. Direkt noch einer. Oh, wie fucking geil. Noch einmal Tower. GW. Danke, danke. Also nicht schlecht. Ich meine, Cell ist schon fünf Sterne. Kein Problem. Aber trotzdem geiler. Cell ist schon bei mir fünf. Also er ist auf dem Weg sechs zu werden sozusagen. Jawohl. Wieder direkt der Sieg. Komm. Wird wieder ein krasser Voll. Hoffe ich auch. Wie bei mir. GG. Nice. Ups. Oh. Brauchen wir nicht. Egal. Egal. Auf zu sieben Sterne. C18. Du kannst selber auch bei Regressionen GSP. Den kann man leicht auf sechs Sterne bringen. Okay. Okay. Komm schon. C13. Scheiße. Diese GSP, wenn er auf drei limitiert sind. Unendliche Puls wären geiler. Das auf jeden Fall. Und, und, und. Ah, egal. Ähm. Sternenbuff. Auch ein Sternenbuff für ihn. Ich glaube, er ist jetzt auf drei. Schöner Double Buff nochmal. Blast Attack, Blast Defense. Alter, wie geil einfach nur, dass er Multigrad war. Und jetzt noch, komm schon. Jetzt am Ende noch C13. Komm schon. Pots. Ja, ich meine, es wird sowieso fast immer Ding. Nice. Ähm. Warte. Zack. Gewinnt. Passt. Ich meine, es ist ein Sparking Seema fix. Deshalb denke ich mal, heißen die Animationen jetzt eh nicht viel. Ja. Es geht direkt dort. Okay, ich fange mit dem Hero. Oh, Dirk's fucking. Nichts, nicht immer so schlecht. Weil ich will eh irgendwann auf sechs Sterne haben. Ist in Ordnung. Ich will eh unbedingt mal auf den, ähm, sechs Sterne haben. Also es geht auch in Ordnung. Okay, jetzt, jetzt, jetzt. Hier haben wir nur eine Chance, wie es aussieht. Nur mehr eine Chance. Wird es C13. Oh, ja. Es ist C13. Ja. Let's go. Wollfitt. Jeder 1 CCC. Wollfitt. Ja, Mann. Es ist eiskalt. Der letzte noch C13 geworden. Jawoll. Hammer. Oh, Mann. Nice. Oh, danke. Ich bin so was von zufrieden. Ich bin so was von zufrieden. Einfach. Die. Wollfitt. Was soll ich sonst sagen? Klingel. Ich konnte gerade meine Augen nicht glauben. Ich bin so was von zufrieden. Einfach nur. No joke. Er hat ja auch direkt Double. Blast Detector. Direkt Double Buff. Jawoll, Mann. Perfekt. Mein Cyborg Team schaut wieder gut aus. Geile Puls. Waren gerade so was von geile Puls gerade. Ich gönne ihn. Wieso denn? Also, von meiner Seite aus war es es jetzt. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Stream wieder. Und. Ciao.